Hallo und herzlich willkommen zu Green Hell und ja, es ist Nacht. Wir haben gerade das abgestürzte Flugzeug gefunden. So, und wenn ich mich richtig erinnere, war das schon nach der Brücke. Ich glaube nämlich nach der Brücke haben wir das abgestürzte Flugzeug gefunden und nicht davor. Nein, 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 nein Herzinfarkt. Jedes Mal. Ja, ja, Egel. Oh, minus fünf. Fünf Egel haben wir uns eingefangen. Alter Schwede. Ich glaube nämlich, wir sind schon drum herum gelaufen. Ich weiß noch nicht wie. Doch, hier bin ich das erste Mal angekommen. Ja, die Egel mache ich gleich weg. Ich habe nur ein bisschen Schiff. Ich werde ungerne gebissen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, aber ich schmack das nicht. Der bewegt sich nicht, oder? Da ist nur ein Skorpion. Okay, Moment. Wir schmeißen das mal raus. Ehrlich jetzt? Ja, muss halt irgendwie so in die... Okay, das wird nichts boxen. Das ist komisch. Aber okay. So, wir machen doch schnell die Egel weg. So. Oder... Nee, die Brücke war glaube ich doch nach dem Flugzeug. Ich glaube, ich hätte weiter in den Wald gemusst. Ja gut, ich führe meinen Bambus mal weiter spazieren. Moment. Wir laufen da sowieso gleich unten lang. Aber es könnte sein, dass hier nochmal ein Skorpion auf uns wartet. oder eine Schlange, die uns den Weg versperrt. Was sind das für Geräusche? Ich habe hier noch keinen einzigen Affen gesehen. hier war kein Skorpion, ne? Aha. Sag ich doch, früher war hier die Höhle, durch die man hier durchkam. Gut, aber das heißt, Moment, das heißt, dass das Bambus aber auf der anderen Seite ist. Und nicht hier. Aber, wir sind durch einen Umweg bei Lambda 2 angekommen. Jetzt habe ich mir an meinen eigenen Spuck verschluckt. Okay. Das heißt, auf nach Lambda 2. Äh, da müssen wir lang, da müssen wir nicht lang. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe Angst. So, also so eine Militärration, die müsste mir eigentlich alles geben. Okay, bis auf Wasser. Naja, okay, gut, 25 Proteine, das ist doch schon mal was. Naja, okay. Ich wollte noch gucken, ich habe keine Pilze mehr. Ich habe keine Pilze mehr. Raus mit dir. So, hier ist so eine freie Fläche. Stellen wir uns jetzt mal hin und schmeißen die hier raus, damit wir ein bisschen getrinkt können. ich bin schon nur überlegen. Ich hätte vielleicht auch eine Lagerfeier machen können. Ich bin halt wirklich so, ich möchte hier weiter und ich möchte alles sehen. Wisst ihr, was ich meine? es reicht dann Wasser. Notfalls trinken wir unsere Gebosenmilch. Ich will jetzt nach Lambda 2. So, wir gucken mal auf die Map. Äh, hier sind wir nämlich und wir müssen hier rüber. Was war da? Da war auch der Aufzug. Ja, wir haben schon übelst viel entdeckt, ja. Also hier waren wir noch nicht und hier waren wir noch nicht. Also so mittig in den ganzen Dingern drinnen. Ähm, aber ich will halt so, hier kommt ja dann gleich der Fluss. Genau, und über den müssen wir drüber. Können wir da drüber laufen. Okay, da war kein, was war da hoch? Ich glaube, wir müssen da hoch. Okay, wir laufen nochmal hier hin zurück. Und laufen hier hoch. Oh Gott. Ja. Ja, da ist es, da ist es, da ist es. Ein epischer Moment. Wir kommen nach Lambda 2. Also ich hoffe, dass es ein epischer Moment ist. Okay. Als allererstes nehmen wir mal hier die Dinger mit und basteln uns nochmal Verbände draus. Weil wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Nochmal ein Ceremonaler Kessel. Das heißt, wir müssen das Zeug nochmal brauen. Mia, ich finde die Lambda location, und es sieht nichts wie unser Tent. Dann, was ist es? was ist es? Ja, der Wörter. Die Abawaka imbibe Ayahuasca. Look, the map pointed to this place. Maybe if you find its owner, you'll learn how to get out of there. You just have to keep going. I don't know if I can make it. It took me so long to get here. You can make it. I'm here with you, aren't I? And I'll be with you every step of the way. Just stay strong for me. I will. I promise. Weil andere haben wir nicht. Weil da vorne. Ne, da vorne ist da. See ya. I... Stopp, 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 stopp. Ja, also wir müssen wohl nochmal, also ich denke mal, dass wir das müssen, dass wir nochmal in die Traumwelt rein müssen, um rauszufinden, wo was ist und wie, wieso, weshalb, warum. Und ich wette mit euch, am Ende finden wir raus, dass Mia nicht real ist, dass wir sie uns nur einbilden. Vielleicht haben wir rausgefunden, dass sie krank ist, ja, vielleicht haben wir rausgefunden, dass sie jetzt da irgendwo da liegt. Und wir nichts wie sie tun können. Ähm, und uns das so, deswegen so fertig macht, wisst ihr was ich meine? Solange wie es regnet, können wir sowieso nichts machen. Ähm, wir müssten uns mal schlafen legen, ist das eine Höhle? Tatsächlich, das ist eine kleine Höhle. Und wir haben auf jeden Fall gleich mal trinken können. Und hier liegen wir immerhin im Trockenen. Ach, hier liegen Knochen davor. Aber, das ist, ja, das ist natürlich sehr beruhigend. Ähm, aber es ist trocken. Okay, vier Pilze. Na komm, gehen wir. Oh, Gott. Hä, ich hab, bin davon gar nicht... Okay. Äh. So, ich fress mal meine Kokosnussschalen hier raus. So. Und das, äh... Ja, komm. Wir haben eigentlich genug. So. Wir schlafen mal ne Runde. Am Tage sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Nein, tut's nicht. Das ist immer noch dieser zirrminelle Kessel. Und wir sind immer noch, äh, komplett, äh, blim, blim. Es regnet, es regnet, die Erde wird was. Und wenn's genug geregnet hat, da wächst auch wieder was. So, ich suche nach den Zutaten jetzt erst mal, da ist regnet. Das erste ist schon da. Vielleicht finden wir noch was Schönes. So. Vielleicht nochmal für Verbände. Ach, immer diese Egel. Ah, das wird wahrscheinlich geöffnet, sobald... Also. One blue, with a rock between them. Hmm. It might be a sign for a sort of spiritual passageway. The natives believe their ancestor spirits still live in the jungle and can be reached through certain rituals. The passageway also prevents evil spirits from returning. Great, but it's sure as hell doesn't help me right now. I need a sign for a physical passageway. Wait. I have an idea. Over and out. Ja, ich dachte schon, dass... Der Stein steht da so. You shall not pass. Okay. Dicker Baum, dicker Baum, dicker Baum, dicker Baum. Dicker Baum, dicker Baum. Hm. Da, Palmherz. Palmherz ist immer richtig gut, weil da kriegt man richtig viele Kohlenhydrate. Ich hab zum Beispiel im letzten Spielstand hatte ich viel, viel mehr Probleme an Kohlenhydrate zu kommen. Und in diesem findet man sie viel, viel häufiger, hab ich so das Gefühl. Ach. Der Blöbel ist ein Schwein. Ist halt wirklich ein Wildschwein. Hast mich erschreckt. So, das brauche ich nicht. Ich brauche das andere. Vielleicht hätte ich die Liana mitnehmen sollen. Wäre vielleicht klug gewesen. Deswegen hab ich so wahrscheinlich nicht mitgenommen, weil's klug gewesen wäre. Oh, kennt ihr das? Das Ziel ist so nah und doch so fair. Äh, man. Ja. Also, kurz vor, vor, vor der, vor, oh. Ist da was? Also, kurz vor dem, äh, Dorf. Ist ja so ein Baum. Aber da wollte ich jetzt eigentlich nicht hinlaufen. Aber das tun wir ja jetzt schon. Oh, Bienen. Nein. Bienen möchte ich nicht. So, ein bisschen Fett. Früchte. Oh, sogar zweimal. Äh, ja, gut. Da können wir noch hin. Alles gut. It helps to be hydrated. Da ist der dicke Baum. Ja, wir sind schon kurz vorm Dorf. Ich mein, solange wie es regnet. Obwohl, das ist ja, äh, eigentlich geschützt vor dem, vor dem Kessel. Vielleicht können wir jetzt noch die Halluzination machen. Dann. So. Die Paranuss nehmen wir auch mit. Da ist schön Fett drinne. So. Das haben wir auch. Okay. Und jetzt wieder zurück. Wollen wir nochmal? Nee. Ganz ehrlich, was wollen wir im Dorf? Ah, da wollte ich nicht hinlaufen. Nee, nee. Also ich werde jetzt nicht, also hallo, ich werde da jetzt nicht, oh. Okay. Äh, das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Diesen haben wir, glaube ich, nicht aufgenommen, oder? Doch. Äh. Weil den Tabakverband, den haben wir zweimal und das haben wir jetzt auch zweimal. Perfekt. So haben wir auch ein bisschen Platz gespart im Inventar. Ach, die anderen sind bei Essen. Ich bin ehrlich zu euch. Sobald wir wieder gespeichert haben, probiere ich das mal aus. Ich bin ja mal... Was ist, wenn das wirklich einfach richtig geiles Zeug ist? Okay, gut. Nachdem wir das getrunken haben, wissen wir ja, wie geil das Zeug ist. Ei? Ei, ei, ei? Nee, kein Ei. Wir haben schon... Also, was jetzt Vogelnester und so angeht, sind wir auch sehr gut bedient. Wo war der Aufstieg? So. Äh, hier war das Dorf. Wir sind jetzt eigentlich gerade auf... Was hat sich da bewegt? Ein toter Toucan. Nein, ich glaube nicht, dass der sich bewegt hat. Das ist die eine Höhle. Das heißt, wir müssen da lang. Das ist ja da, wo kommen wir zum Flugzeugabsturz. Aber das ist halt auch gut zu wissen. Ja? Vielleicht müssen wir, ähm, ich könnte schwören, dass wir, ähm, die Brücke gebaut haben und dann erst das Flugzeug gefunden haben. Aber ich müsste mal in den Aufnahmen gucken. Beziehungsweise in der Playlist sieht man ja an den Thumbnails, äh, was zuerst kam. Der Brückenbau oder, äh, der Flugzeug... Da, äh, der Flugzeugabsturz. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ähm, dass das Flugzeug kam, nachdem wir die Brücke gebaut haben. Weil es lief nämlich auch so ab, dass ich, ähm... Ja, wir haben das Flugzeug gefunden, da so ein kleines Lager aufgebaut. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. So, da bin ich wieder. Ähm, haha, wir können jetzt kein Feuer anzünden. Wir müssen ins Bett. Haben wir nicht drei? Oder habe ich eins wieder aufgehoben? Nee. Habe ich nicht drei Kokosnussschalen rausgebrochen? Doch. Ich fuchs. Ich pass auf, was ich mache. Manchmal. Äh, so, Egel. Ich denke nur ans Essen. Seht ihr? Eigentlich wollte ich Egel entfernen. Was mache ich? Ich gucke nach Essen. Aber wir haben eigentlich noch ein bisschen... Aber ich kann hier nicht speichern. Ich schlafe immerhin in einem Bett, ja. Ups. Wird alles gut. Jetzt mitten in der Nacht. Natürlich. Mitten in der Nacht. Moment. Wir wachen auf. Und legen uns gleich wieder hin. Weil mitten in der Nacht wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, sechs Uhr ist in Ordnung. Und so. Der hat... Ah, Proteine. Oh, die Pülse sind verdorben. Kann ich alle wegschmeißen. Die machen auch nicht mehr lange. Proteine habe ich halt einfach gar nicht, ne? Dann hat es ja auch so diese Dose hier. Wieso regnet es denn durchgehend? Ist das vielleicht ein Zeichen? Okay. Wieso gibt es den so schlecht in der... Okay. So. Also, es ist ja schon verdächtig, dass hier so eine Obsidian-Klinge liegt und so. Äh, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie das alles funktioniert. Und ob es überhaupt funktioniert. Ähm. Weil eigentlich ist es ja Feuer. Also, das Feuer geschützt. Ja. Okay. Ich weiß nicht. Aber ich muss jetzt mal das andere betrunken. Na ja, ernst. Hö? Ach, okay. So wiegen das. Ich weiß nicht. Er hat ja auch gesagt, die Kinder sind die Lösung. Aber ich muss jetzt gehen. Das ist schon geil gemacht. Das ist schon geil gemacht. Ist das mein Haus? Okay, mach ich das mal. Ich möchte halt nichts verpassen hier. Finde ich, dass wir hier... Kapitel wird natürlich aus Neifunter des Pilzes in den Höhlen des Dschungels. Der Pilz von den Indios bei ihren Ritualen verwendet wird, lässt sich in dunklen Höhlengängen finden und hat die folgende Eigenschaft. Eine kaum erforschte Pilzart, die im kalten und dunklen Höhlenklima heimisch ist, wächst nicht außerhalb Amazoniens. Was seine Wirkung angeht, sollte ich darüber schreiben, noch zu erledigen. Die Pflanzenwelt innerhalb von Höhlen variiert je nach Lichteinfall. Die meisten Spezies gedeihen neben Spalten und Rissen, wo sie das Sonnenlicht ungehindert erreicht. Tiefer in der Höhle ist das Licht verstreut, sodass dort nur noch Fahne und Mose wachsen können und in den tiefsten, dunkelsten Ecken der Höhlen können nur Pilze und Bakterien überleben. Sie ernähren sich von organischen Überresten wie Fledermauskot, toten Insekten und Pflanzenresten. Wie wäre es mit dieser Einführung? Eine völlig neue Spezies? Hat sie einen Namen noch zu erledigen? Forschen? Vergleichen? Okay. Da ist ein Hund und keine Mia. Okay. Muss ich raus zum Fenster? Wie komme ich hier? Muss ich wieder durch die Tür? Wieso ist das Krankenzimmer? Das Buch war ziemlich gut. Aber die Leute sind nicht interessiert in die Vergangenheit, Deforestation oder Global Warming. Wir denken nicht über solche Dinge, bis es zu lange ist. Sie sich nur über sich selbst interessieren, bis die Tragedie zerstört. Die Leute einfach nicht interessieren. Es war nicht ganz anders, diese Zeit. Niemand hat einen Interesse in ihnen, außer wenn es ein Geld gemacht hat. Krass, also wurde das Buch dann im Endeffekt nicht gekauft. Okay, das hatten wir ja schon. Was hat sich das immer mit diesem Ding auf sich? Oh, wow. Ich könnte euch das ja alles gerne durchlesen. Also kam das Buch nicht sehr gut an. Und Mia ist krank geworden. Ich sag ja... Ich könnte euch einfach nur aufgeben. Was ist passiert? Warum bist du hier? Ich weiß, was uns gemacht hat. Aber es gibt nichts. Wenn es nicht für mich ist, dann musst du zurück in die Jungle gehen. Er wollte ein Krebsmittel finden. Ja, ich sag ja, sie ist... Verst... Mia... I... 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 I don't know. Oh, ich geh Gänsehaut. Ehrlich. Äh... Ja. Ich werde jetzt zurückgehen und speichern. Den Dialog werde ich jetzt nicht mehr anhören. Das machen wir dann nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Äh... Ja. Ich glaube, wir müssen das jetzt alle erst mal verarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Bye-bye. Das war's.